Oh, der Engineer ist neidisch. So, wollen wir auch? Oh, kommen wir. Andere im Kran. Oh, ich hab glaube ich ABM noch nicht gestocht, hab ich. Ja, glaub ich. Hab ich auch eben geguckt, aber... ...das ist automatisch auf 100. Du warst. Spiel hört sich so ein bisschen leise an, muss ich gleich mal gucken. Ich? Ich, ne, ich, weil das Spiel hört sich leise an bei mir. Achso. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Der Pitch ist ja auch wesentlich langsamer, dass sie in die, oder? Also wenn man... Ja. ...RPM adjusted. Richtig. Warum auch immer. Man läuft auch in Kältegefahr, dass man den Motor... ...schrottet, wenn man hochtrottet. Unter der Wolke ist irgendwas Dickes, irgendein Bomber oder sowas. Kommt von Norden. Die U88 oder sowas. Dreh rum. Ja, Bomben fallen gerade. Der macht Levelbombing. Aber auf gefühlt 8 oder 3 Meter Höhe. Oh ja. Oh, tschüssig. Ja, muss man schon das Lot für bedienen. Dann muss man ganz schön schnell da die... Das sind noch zwei Motorräger. Das ist, glaube ich, zwei Junkers. Eine auch auf deiner 3 Uhr ab, tief. Die gehe ich an. Tief über der Stadt. Okay, ich mache den anderen. Oh ja. Ja, okay. Ja, was auch nicht am Kuss. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Die erste? Ich glaube, Scherer scheint nicht durch zu sein. Die ist von Karei aus. Ich glaube, die durch ist aber nicht gut getroffen. Geht in die von Karei nochmal ran. Oh, der geht nochmal auf das Objective. Der ist voll stark beschädigt, aber geht nochmal drauf. Ach, das ist der Tipp. Der ist explodiert. Ja. Der andere fliegt noch. Kalle, Kallus. Nicht Kalle. Die Juge, was sagt der? Ich weiß es auch nicht. Ich gehe immer... Ich habe anscheinend heute die Vertrunken Torpedos geladen. Sehr gut. Hacker. Ich glaube, der andere geht auch neu. Das ist noch eine 110 vom Objective. Richtung... Ich weiß nicht, warum der nicht abkackt. Ja, da kommen noch mehr rein. 210er kommen noch. Zwei Stück. Jo, sehe es. Gehen wir mal lieber da ran. Ich habe die 110 Headrun beschossen. Schön, dann mache ich die andere mal. Fuck. Wo habe ich die jetzt mit der 110 verloren? Die muss da unten sein. Da ist sie auch. Die schießt auf mich gerade. Geht deine über links? Ich glaube, gerade an die über links geht. Die eine geht aber rechts. Okay, dann bin ich an der anderen dran. Oh. Da war ja schießt. Da war ja so ein Treffer. Ich bin raus. Geht's aber nicht mehr so gut. Die fliegen jetzt gerade parallel. Ja. Die fliegen gerade nicht ran. Quasi. Oh, die fliegen... Ah, treffen sie sich, treffen sie sich. Ja, ja, ja. Die haben sich gerade gekreuzt. Das wäre so schön gewesen. Der Gunner ist tot von dieser einen, aber ich habe schon nur noch einen MG. Okay, dann komme ich doch mal rein. Meiner geht gerade rein. Warum auch immer. Dann gehe ich an die von... Wofa habe ich 400 Liter geladen. Aus... Ja, keine Munition, 100 Litern. Oder weniger. Ja, sick. Alles auch drin. Oh. What? Oh nee, shit. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht rein. Ich bin voll im Blackout. Wofa habe ich mich gar nicht so fest gezogen. Du musst immer ganz weit. Also du musst ein bisschen... Festziehen ist es ja nicht. Ich war vielleicht auf 2G oder was. Ja, das ist... Man muss Pausen dazwischen einlegen. Das ist auch das... Wie fest du ziehst... Wie fest du ziehst, ist gar nicht mehr so wichtig dann. Hello Darkness, my old friend. Jetzt holst du dir am besten gleich mit mir noch einen neuen Piloten. Ich komme mit Munition, du dem Pilot. Ich komme mit, was soll ich sonst hier machen? Das ganze Unlock-System hier aufhören. Das ist einfach übelster Arsch. Es ist halt lustig, wenn du es auch nicht so ernst nimmst und so. Mal so reinstupperst und ein bisschen rumeierst. Und sowieso ein guter Pilot bist. Und dann alles so mal eben im Schlaf freischalten kannst und so weiter. Ist das alles lustig. Aber wenn ich mir das vorstelle, das ist das Spiel zum Lernen und das ist doch Käse. Das ist doch einfach nur Käse. Wir haben einen Kontakt auf der langen 4 bis 5 Uhr Wolkenhöhe. Kommt schnell hinter uns ran. Drehen wir mal herum. Dann drehen wir mal herum. Ich sehe sie noch nicht. Ich ziehe sie aber hinterher. Das könnte eine Focke sein. Ja, die Richtung. Ja, die Richtung. Die dived gerade. Die ist über der blauen Artillery Position. Dann stürzt er gerade auf den Nuss. Da ist am Deck, glaube ich, eine Sturm. Ja. Ja, genau. Und der Wanzig schießt gerade. Ich komme gerade hinter ihm schnell ran. Ich hoffe mal, er sieht mich nicht. Da habe ich sich gerade verloren. Ich sehe gerade nur die Sturm, wo. Er fliegt gerade Südwesten, Kurs 240 ab. Mit einem leichten Rolf. Ich bin unter ihm. Versuche gerade außerhalb seiner Sicht. Oh, warte. Ja, da war mal. Ich habe jetzt so weit unten geguckt. Ja. Bin hinter ihm dran. Ich dachte, er wird am Deck noch. Wir sind weiter weg, aber... Aua. Zwei Meter fliege ab. Das ist eine 109 übrigens. Keine Focke. Okay, ja. Ja, ich habe Focke. Jetzt ist das auch ziemlich egal. Letztes... Der hat zwei 37er gefressen. Das sollte reichen. Ja, das habe ich nicht gefehlt. Mhm. Mhm. Zumal für den gebotenen Recoil. Ja. Ja, nur so schwer wie das... Auto. Jawohl. Zwei Treffer auf dem Truck haben es dann... ...erledigt. Okay, eine... ...Stukel haben wir unzerstört. Aber auch ein Treffer reicht bei einer Stukel. Man muss nur gut treffen. Hm. Ich habe noch einen Flügel getroffen. Das hat nichts... War nicht genug. Nee. Schon ein Buddyshot sein. Was sagt der Counter? Kriegen wir doch noch unsere Flugzeugkills. Noch ein Stück wird zerstört. Vielleicht war ich auch immer schädigt. Ich gehe auch nochmal auf den Stuka. Schieß mal zwei Mal drauf. Lass auch noch einen Truck nehmen. Ah, dreimal hat es getan in dem Falle. Ah, dreimal hat es getan in dem Falle. Also cellphone two nhân. Dann war das auch notifications benefic. Und dann kommen die Pistole. Bis zum Ende. Mach saliert wird dann wieder mit. Scheiße. 따征. Geest foi. Geop. Jay. Da ist noch eine. Einer hat gereicht. Der ist mit der UB gestreichelt gehabt. Und gut, dass das Low Resolution OP Blitz aussieht wie ein Panzerwagen. Da sind noch zwei Flugzeuge am westlichen Rand. Und ich dachte, ich hatte die alle. 109er. Ja, sehe ich. Ich gehe zum Malen auf Trucks hier. Go on it. Sollte ja nicht mehr viele da sein eigentlich jetzt, ne? Ich brauche noch die anderen 109 weg. Da habe ich gerade brennend geschossen. Dann war das noch eine. Ich habe noch keinen Kill dafür bekommen. Jetzt. Ja, jetzt ist es weg. Fakt hoch. Wolkenhöhe. Möglicherweise nur 109. Schwer zu identifizieren. Neben der großen Wolke gerade. Fliegt gerade vorher. Gut zu sehen von unten. Ja, ja. Rosten hin. Rost, östlich vom Platz. Da sind zwei relativ hoch. Einer stützt schon runter, glaube ich. Ja. Also ich habe noch vier Schuss. Ich habe genug. Der stürzt auf eine E2 oder so. Nee, auf die ELA-5. Ja. Moment, der geht wieder hoch. Oh, geschossen. Habe ich gerade noch mal so aus einem riesen Deflection-Shock probiert? Jetzt rennt er. Jetzt geht er wieder hoch. Check mal sechs. Check mal sechs. Nee, das bin ich. Das bin ich. Okay. Schiff. Ja, ich habe nur lang und dünn gesehen. Ist auch egal. Der Typ war eh mit gewesen. Naja, hinten ohne zu... Schau nochmal noch, schüss durch das. Ja, genau. Da ist doch einer. Ja, der haut aber auch noch Westen ab. Ja. Ja. Was fehlt denn an dem Object-Off-Nor? Weil nicht. Weil ich nicht. Die paar blöden LKW können es auch nicht sein. Schau mal, den Turm, den Turm mal wieder weg. Nee, du musst die zwei Turm erwischen. Ja. Ah, jetzt. Es kommen noch zwei Kontakte vom Westen herein. Wolkenhöhe, beziehungsweise leicht unterhalb. Passt auf. Ah, sehe so. Okay. Wollen wir über den Norden hier weg? Ich hau mal hier weg. Ja, dort, dort Australien, ja. Stürzen schon aufs Flugfeld runter? Sehen tue ich doch nicht. Ah ja, sehe so. Ah, sehe ich es, ja. Sind wir da abgedreht, oder? Sieht ja so an. Kann sein. Ja. Los, der Schüsse, Schüsse, what's out? Ihr seid noch über dem Flugfeld? Ich drehe mal zurück. Nee, ich darf gehauen. Sondern? Wohin? Nordost. Richtung Ost. Nordost. Okay, Nordost, okay. Ich bin über dem Flüßlein jetzt hier. Hatsicht doch gut an. Mach die 109. Ist die am Schießen, die 109? Oder ist das ein... Das ist eine 109, die gerade schießt. Ich fliege gerade in Richtung der Stockfights hier. Ja, mache ich dann auch. Du, mir mal hier die Hände schmutzig zu machen, wenn es geht. Wird mir auch noch gefallen, aber... Aber das sieht nicht danach aus, als könnte man es... Ich habe auch schon gedacht, den Kontext verloren, der gerade geht. Es ist über dem Flugfeld niedrig eine LR5 oder Focke. Eines von beiden, ich weiß es nicht. Die 109 stürzt möglicherweise gerade wieder Richtung... Ich glaube, das ist eine Focke. Ich stürze mal drauf. Ja, pass auf, die 109 ist, glaube ich, jetzt rumgedreht, die eben gebraten hat. Die geht jetzt Richtung Deck runter. Oder fühlst du das? Ich gehe runter. Ja, 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 die folgt uns, die folgt uns. Wir können sie leider nicht ziehen, weil wir gerade entgegen die Ritz kommen. Aber die kriegen wir jetzt gemeinsam. Die zieht gleich jetzt zu uns hoch jetzt. Ach, pass auf, ist viel zu langsam. Machst du weg jetzt. Die zieht sich aber nur hoch. Ja. Ja. Ach, da. Ja. Ich weiß nur nicht mehr, wo die 109 war, die eben gebraten hat. Ach, da, pam, pam, pam. Flak schießt nach den Osten. Ist das unsere? Ja. Oder? Ja. Oh ja. Ja, das ist unsere. Ja, das ist unsere. Untertitelung des ZDF, 2020